Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Tempelhof. Stammkunden fahren auf zwei Rädern vor oder suchen sich da eine Maschine aus. Denn bei Krüger und Falk gibt's Motorräder und Ersatzteile. Alles second hand, top gepflegt und günstig kalkuliert. Der Laden läuft schon seit 28 Jahren. Gleich nebenan in der Manfred-von-Richthofen-Straße. Heiße Poster, heiße Öfen, die Welt von Bernd Krüger und Detlef Falk. Seit 28 Jahren ein leidenschaftliches Schrauberpaar. Jetzt muss das so viel lang sein. Es ist schön so, dass es ein oder andere Problem immer mal wieder gibt. Aber das muss halt gelöst werden. Also dafür machen wir es zu lange. Und da findet sich immer ein Weg, dass das wieder auf die Reihe kommt. Ja, dann kommt kurioserweise noch dazu, dass wir untereinander verschwägert sind. Das heißt, wir haben die Schwister geheiratet sozusagen. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Auch das noch. Nach kurzer Überredung zeigt uns Falk das Allerheiligste des Betriebs. Die Schatzkammer. Hier liegen tausende Ersatzteile. Der gesamte Lager ist sehr wichtig, weil es sind hier auch Teile von Anfang der 80er oder Ende der 70er dabei. Und dementsprechend kann man den Kunden dann immer noch gut helfen. Grüß dich. Grüß dich. Tag schön. Du Spiegel brauche ich jetzt. Ist der irgendwie da. Die Tage kommen, genau. Wollen wir hier. Guck mal. Müsste der Richter sein. Können wir ja draußen gleich mal. Meckert auch keiner beim TÜV oder so, oder? Ja, ne, passt. Das ist, glaube ich, genau das gleiche Modell wie von dem anderen. Die Jungs sind einfach gut drauf und finden immer preiswerte, vernünftige technische Lösungen, auch für Probleme, die ein anderer nicht lösen kann. Und manchmal mache ich es auch so, dass ich einfach meinen Schlüssel hier in den Briefkasten werfe und die holen das Moped 100 Meter weiter bei mir vor der Tür ab. Inzwischen ist auch die Batterie eingebaut. Jetzt fehlt nur noch die Probefahrt. Neben der Arbeit das ganz große Vergnügen. Das kann man in der Nicht-Motorrad-Fährt vielleicht schwer erklären. Aber das ist halt auf dem Motorrad ruhig. Man fährt alleine, kann entscheiden, wohin man will. Man hat nur den Windzug um sich rum und die Motorengeräusche kriegt das Wetter besser mit als wie in unserem Auto. Also das macht schon Spaß. Meisterwerkstatt, Secondhand-Motorradteile gleich nebenan in der Manfred-von-Richthofen-Straße 30 in Tempelhof.